und willkommen zurück zu einer weiteren folge GTA online fliegender wechselt da habe ich mir jetzt einfach so gedacht also kannst du starten hau raus tageszeit nacht willst du mich veräppeln ja was den soll man suchen scheikmere ach so ne so behinderte entity xf schwarzer stahl etri orsiris sultan t20 da ist meiner was etre 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 ich bin bereit zum spiel Hochhochung merabh加z tierste tools Mohon à de brassesie kamen wir ausene ich hatte der denn es ist verbinen maschinen gebiet aus dem Hinterland dieser vertic l der rocker er mich sozusagen die besten dass soll Prozent was ist das für das rohr ich glaube ich kenne das noch der eine fett über mich drüber der andere unter mich durch die eine glaube ja das ist nicht das was ich glaube oder doch glaube ich nein echt der scheiß das müssen wir einfach aus ich habe das gefühl dass ich ein bisschen falsch fliege ich habe das gefühl dass ich falsch fliege aber nur ganz so minimal zwei von drei überdrehen sich frag mich immer wieder wie du es schaffst dennis aber jedes mal irgendwie was besonderes ich mag boobies und da waren boobies ja gut ich bin zu kurz geflogen ist ein stein mit nippels boobies mit nippels ich habe mich von alten rennen verleiten lassen die lenkung von edda ist ja mal mega scheiße da denke ich auch nur auf geschwindigkeit ist genau wie mit der blackfin die ist auf geschwindigkeit und die auf lenkung ausgesagt aber gut dass das hier ist gerade in rohre ist da kann ich durch durch heizen bis 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 mappen und zurück bis zum morgen ja mann ich hätte auch verlegen so richtiger super mario nichts gegen kim aber dann braucht er noch seine pga jedes mal von bowser retten muss das spiel ich habe gerade so kleine rasenmäher nur auf speed wer war das von euch zufällig du arsch alter rampe krampel ich komme ich gerade noch retten nur weil du mich abgedrängt hast in der loft in der loft in der loft doch du hast dich direkt zu mir gedreht anstatt dich in die andere richtung zu drehen bitte 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 ich bin dritter ja ne alles gut ich bin fünfter ich hab mich gerade ja ne ich dachte ich irgendwie ich hab mich gerade das ist wie so ne hufe ich komm auf einen vierten reifen auf und explodier ich hab mich gesehen ich hab mich gesehen deswegen bin ich zweiter das finde ich auch schick das ist doch zu geil also ich komm da hinten aber pjuu Kim 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 Vorsicht 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 ich hab sie fliegen das ist doch zu geil jetzt darf ich noch nicht mehr auf allen vieren reifen aufkommen Kim hast du es überlebt? gut oh Gott ich war zu schnell gewesen schon wieder hier hoch? ach diesmal muss man nach links ich hab Angst dass mein Controller gleich wieder abkackt ich hoffe dass mein Controller gleich wieder abkackt dann hab ich noch ne Chance wovon träumst du nachts außer nackte Männer mit Zauberschleben? zwei nackte Männer mit Zauberschleben Stauberzäben Stauberzäben, ja oi flieg ich nicht mehr so ein Stegeschnüber Stegeschnüber Stegeschnüber? Stegeschnüber ja Stegeschnüber ach geschnüber ich hab Stegeschnüber verstanden meinetwegen auch Schnurbeete also gegen Schnurbeete hab ich auch nichts ich hab geschnüber schnauzer schnauzer der richtig schon aussagt ich bin ich bin Pornostar das das der richtig aussagt ich bin Magnum ja nichts geht über einen Magnum schnauzer 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 wo muss ich jetzt eigentlich lang? ich flieg jetzt voll falsch voll kacke ich glaub ich muss da lang? genau rekt genau rekt oh hii 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 oh wir färten da unten wiii wie ich ihn einfach mal in der Kurve überholt abdinge alter ja du bist ja auch innen gefahren ich bin außen gefahren easy peasy das war voll war voll der geile Überholmanöver der geile das ist geile Überholmanöver ja der geile Überholmanöver also wir haben es heute echt mit der sprache 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 ich spreche meine sprache nicht oh fuck fuck off aber der Hügel wo kommt die Bowlingkugel her du oh fuck das ist nicht gut das ist nicht gut oh irgendwie wie flimmert er auch gerade irgendwas ja jetzt muss ich auch drücken karsten meine ich das nur oder bist du gerade voll schief geflogen wir fahren ich bin gerade voll schief geflogen ja achso ja wegen der Kugel ich habe es gesehen ich bring hier alles ins rollen fuck off ja da hat es geschafft das langsamste Auto hat es geschafft naja das ist das schnellste Auto ne da ist gar nicht schnell doch der da ist schnell ne da würde gegen T20 so locker verlieren ja der T20 hat aber auch die Beschleunigung Endgeschwindigkeit Endgeschwindigkeit der x80 der x80 der zieht alles denn ist nicht ins Ziel ne ne wie sie einfach machen und sie hat es geschafft sie hat es wie die Katze gemacht immer mit dem Arsch voran und ihre Lenkungen die sind so hastig können wir langsam auch und hey Sven hey Sven 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 will ihr was zeigen? ja ich würde jetzt mit dem Bogen fahren ne und nicht zu schnell siehst das siehst das siehst das siehst das siehst das genau wie ich und sie fliegt und jetzt klebt sie an der Wand ja genau genau den klatsch erstmal muss sie runterrutschen hey warte ich muss mich der arme Motor ich muss mich erstmal anschnallen das hat mich nämlich gerade fast den Sieg gekostet weil ich auch geklatscht bin ja wird einer geklatscht Iron Nerd schaut jetzt zu wir können schon durchgefahren schaut jetzt zu Kim hat die erstes Rennen abgeschlossen zweites 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 ja und das war auch das letzte jay oh my god und jetzt jetzt haben wir noch 23 Minuten geiiiil ich bleibe bei Arena War war geil war witzig also wenn wir zur Auswahl kommen können wir auch noch Arena War Rennen fahren wenn der eins dabei ist wenn wir zur Auswahl kommen b b b b b b b nein wir sind ja nicht beim A-Team hey Afi und ich haben gleich viel so vier Punkte ich bin besser ich bin die bessere 55er Hälfte aber ich bin nur Level 33er seit mal was war das für ein komischos Fingel Buckel da mit dem Finger entschuldigung sorry die richtig Homo ja man ich wollte Ihnen zeigen was ich als medefall ansteigen kann Säète ist которое und das Spiel verlassen Säen und grüß denn das bei mir ja ja alle verlassen Är Hey, das heißt, ich, Kim und Thorsten sind in einer Gruppe, äh, Party, Lobby. Cool. Das heißt, ich kann jetzt erstmal mal in John Wick Auto einsteigen und direkt losbreddern. Ah. 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 Vorhin habt ihr gerade auch den The Class Tulip als Bild gerade von GTA Online, scheiß da? Nee, ich habe Benefektor. Schlangen geht, äh, Schlagen geht. Ich halte ihn, Schisto. Gut. Weil, das hätten wir jetzt erstmal auf, dass er drüber die reifen Feiernüsse heißen. Feiernacht. Wie kommt man auch so ein Scheiß, na? Feiernacht. Na, ich lade er mir nicht. Hat mal jemand ein bisschen Gleitgel. Ich glaube, ich muss besser Deutsch rufen. Da habe ich schon einen Motorradfahrer gegeben, der ist über die Straße geglitten wie nichts, wie nichts anderes. Also wie du, wenn nichts anderes rein. Ach, wenn du wüsstest. Ich weiß es ja nicht, es ist nicht das gute. Toni, das Lagerhaus quillt vor Vorräten fast über. Ich hatte schon gespawnt, ich bin immer noch nicht gespawnt. Nee, ich habe nur eine Nachricht gekriegt. Mitgeladen immer noch. Ja, immerhin kriegt er so Nachrichten. Simien. Glückspilz. Der ist ja nicht, der ist bei dem Wasser. Der ist von euch schon gespawnt. Ach, jetzt haben sie zwei Leute verlassen und der dritte hat auch verlassen. Ach so, Törn Watz, Törn LSK, Tuck Monkey, der ist nicht von mir. Also, ich bin in einer Lobby, wo ich die Leute einladen muss, damit sie beitreten können. Ist doch gut. Er wird bei mir heute immer noch geladen. Ich bin in einer Lobby, wo ich die Leute einladen muss. Ich spawne. John Wick ist sehr nah. Er fährt an hier. Ja, ich weiß. Motorradfahrer, wo bist du hin? Ich liebe diese Sorte. Diese beiden mit dem Waste 8 herumbrettern. Alter, die Karre, die driftet hier rum wie nichts. Hauptsache, mein Auto hat so süß nicht. Ich bin wahrscheinlich für den Diffen zum Beispiel raus. Man sagt ja, der D-West 8 soll ja das schnellste Auto in GTA momentan sein, ne? Ja, und? Ist es? Ist es nicht? Nein. Der Tesserakt ist schneller. Ihr habt es mal wieder getestet, oder? Ja. Ja, und da bin ich ja, dass wir nachdenken, ihr habt ihr einen Spacken hinter euch. Ihr habt ihr irgend so eine Muschi, die hinter euch herbrettet. Und, äh... Ja, 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 so ein komisches Missgestattel-Vieh. Also, das andere Stück Scheiße, das bin ich. Achso, ne, den meinte ich gar nicht. Das andere komische Vieh, das bin ich. Aber, gibt's ja gerade... Ja, du gibst Vollgas, okay. Oh, shit, 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 oh, shit. Oh, hell no. Alles klar. Ich muss einfach mal beide gegen dieselbe Ecke klatschen. Alter, dass ihr beide einen Busch verschwindet, das ist, äh, na ja, ist nichts Neues. Weiß Bescheid, ne? Hauptsache, er brettet auf der Autobahn weiter. Boy, der, der Drecksweg hier. oh, shit, oh, shit, oh, shit ich seh gar nix mehr bist du oben, oder bist du unten? oh, shit nee, du bist oben oh, shit don, don, don oh, shit don, don, don ehrlich,iere dstanding wow, hkw, mach dich mal nicht so fett, die alter kommen gibt gas jung ich will hier vorbei alter du von lkw dein fahrer sind schädel 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 kollegen matthema platz ist noch nichts ungewöhnliches ist ein affe einfach mal rückwärts eigentlich in einer lobby was seit mir jetzt auf einmal dann ist 0 aber ich davon will er denn jetzt will ein ich meine mama meine mama dicht du den zwendel betrennen denn das medica hat so stark aber ich mache jetzt noch ein john wick outfit er und er fährt in den lkw rein ich mache mir ein john wick outfit was ich nicht schon habe wir haben 15 ungefähr ich habe ein john wick outfit alter verkauf ok was er hat nur zehn minuten wieso habe ich nur noch zehn minuten bei wegen man braucht ja nicht bis ich habe nicht mal eine einladung oder sowas müsste ich aber eingeschickt haben ich über sein und er die art von einladung die sehe ich nicht mehr die habe ich ausgestellt also dass ich sie sehen kann habe ich auch das ausgestellt was meinst jetzt gerade wegen zehn minuten ist die einladung verlischt oder was dann ist die frei vorbei ich glaube ich weiß was ich mache naja ich würde sagen wir machen jetzt einfach noch ein bisschen scheiße oder genau das hatte ich jetzt vor ah toasten ist da da ist das schreitstück zauber Hey! Nuck nack! Nuck 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 nuck. Ey das passt doch. R região rögt auf ne Toilette. Glaubst ich mein. Boah die Eule macht n fucking Selfie, Alter. Gibst mal auch mit der Scheiße hier. Das ist mein Klo, Bitch. Uuhh. Uuhh. Freunde 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 ich hab Freunde oh mein Gott Wisch dir das? Nö ist mir neu I have friends I have friends I have friends You maggot Wo ist mein Gara? Wo ist mein Gara? Wo ist mein Gara? Na komm ich verursache jetzt einen Crash Mit Dennis Dennis ist der Crash oder? Jolie 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 Ich fahr jetzt vorne zum Flughafen Weil da irgendwer Oh das ist der Phoenix Nein 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 Hahahaha Vorher bin ich mit der Polizei gespaktiert Ja Er fing voll straight gegen die Wand Zwei Sekunden später Du Du Maggot Du Maggot Bist du unter dem Dach Dennis? Bist du unter dem Dach Dennis? Ja nicht Oh ne den Das ist er He 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 Was macht ihr da? He 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 Die Maggotten Habe ich das gerade richtig gehört Sind das schon wieder am futtern? Nein am trinken Ok Oh Gott War das knapp? Ja Daniels you hold you up Scheiße Ich hab nen Job angemessen Mode Maverick nein Alter Wie ist das Ding da hingekommen? Nein Was? Ptsch 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 Ah das hört sich so geil an Turbolader Hört sich richtig Baba an Hört sich richtig Baba an Ptsch Hammer aber nicht Baba 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 Brauch sein Hund Ptsch Äh So now Super Jank обрат ab Prozent in Prozent Prozent er hat wohl wohl über die Bericht ausgeholt Prozent 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 Hahahaha You maggot Oh I don't Close enough Really maggot Check it, baby! Check it! Check it! You see me really? You see me really? Hahaha Nooo! Hahaha Hahaha Too langsam Hahaha You maggot Hahaha Hahaha Das war zu langsam Du hast mir die Mutter kaputt geschossen He 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 Hahaha 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 Jo Wahrscheinlich 360 no scope Wie ich denn das erstmal platt gemacht habe? Ich bin halt der T-Flieger So richtig radikal So richtig radikal Ach du scheiße da oben ist der Du maggot Hahahaha 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 Lass mich hier lang blähen, alter Hahahaha, lang blähen Lange deine scheiß blähe Wolke, die sieht man ganzen Himmel weit Huuuiiii Oh Ja überfahren wir doch mal Hahahaha Hahahaha Er hat mich weggesprengt und ist gelacht Hahahaha Ich lebe Alles klar Er fliegt hier mit dem Flugzeug rein Hahahaha Hahahaha Hey Der kennt doch mal Hier stimmt her Nein 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 Wo scheiden sie überhaupt ? Ahhhhh ав Ok! Da fliege ich da! Der Melgos hat mir die Tür geöffnet! Das Ding ist geil! Da fahren wir jetzt mal mit Stil! Er nimmt mich einfach so mit! Na warte! So! So! Oh, dass ich es geschafft habe! You maggot! Ich wurde schon wieder als maggot im Zeichen von den Polizisten! Ich hab nichts gemacht! Von den Polizisten? Von den Polizisten! Die waren fett! Du, magist! Du meraget! Ja! Warte! Er hat mich in die Luft ge jealousy hat und ich ihn! Ja, das find ich f brass Jaher! Wenn wir jetzt Konkurrent kamen! Spielst Du wohl? Guten Tag! cologu informação külla Lax까 Kannst mich aufhören ... Der versteckt sich da so schnickern! Nein! Oh Glückfur! Der Kim versteckt sich da! Ja! Ich fahr drauf weiter. Bleib liegen! Yo! Moin! Ich bin doch rasiert hier alles. Yo moin! Ey! Der ist repariert! Das musst du mal sagen! Das ist doch nicht so! Wenn du einmal getroffen hast, dann ist es vorbei. Zack! Alter, wer dann so ne komische schräge Hupe? Wer wohl. Alter! Hey, hey, hey! Versteckt euch mal im Hangar, mal sehen wir nicht damit Töte. Mit dem Flugzeug. Fährte wisch ich auch alle dran. Oh! Alles klar! Er räumt mich weg! Was soll man denn anders von dem dicken Ding erwarten, ey? An dem Flugzeug. Digga... WTF ist das ein fetter Traum? NEIN! Oh, kattop. Egal, ich bin die Wollen wenigstens los. Ja, jetzt hab ich die Wollen... Ich mit? Machat! wo also der dugo das ist schon hammer high part dennis fliegt die zeit gleich mal das ist das ist echt versuchen denn es darunter zu er fliegt auf boden die ganze flugzeuge kaputt zu machen nein es kommt runter es kann sehr schnell wir kommen jetzt am besten wollen einmal ein flugzeug haben zerstörte mal ist die ich werde die 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 leute die von hinten alter schaffer von mann kommen bergab die rektoren und stu er Zwei Rad Doppelbonus Blitz! Hebe ab! Hebe ab! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, der hat doch den Polizisten plattgemacht! Oh! Oh! Zieh! Mein Triebwerk ist kaputt! Mein rechtses Triebwerk ist im Arsch! Ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Hebe ab! Hebe ab! Hebe ab! Hebe ab! Ich hab Polizei! Aber du hast mich näher zu den Bolen gebracht! Ja, voll dämlich, dass du einfach nur weggeflogen bist! Von so einem riesen Ding, Alter, einfach nur weggeschoben! Ja, das ist ja auch nicht richtig anal reinschieben, eigentlich so! Das Loch hast du aber nicht getroffen, das ist zu groß! Was ist zu groß? Das Loch oder das Flugzeug? Das Loch! Das Flugzeug, das ist... Das passt einfach nicht rein, das ist wie so eine Blockade! Zack! Guten Tag! Tschüss! Yo, Hebe ab! Meine Räder sind ein Schwert! Ich hab's mir doch nur geliehen! Abgehoben, Alter! Junge, was los? Ich krieg' dich! Ich krieg' dich! Was? Sie haben sich gegenseitig umgebracht! Bei mir, ich dachte grad, hä, wer hat jetzt wen umgebracht? Er ist gegen mich geflogen! Ja, eigentlich hat er mich umgebracht! Aber du hattest doch das Autobot! Geht das? Ne, er war mit dem Titan unterwegs! Und ich spawn' natürlich außerhalb des Flughafens! Ja, ich spawn' mittendrin! So wie ich die ganze Zeit! Gibt ja keine Flugzeuge mehr! Der Helikopter gibt's ja auch noch! Ja! Ja! Master! Master? Ja, Master-Flugzeug! Das ist ein Master-Flugzeug! Der Trauma ist hier in Piloten! Naja! X ist deiner! Wir werden einfach gleichzeitig hier runter starten! Naja! Hahahaha! Wieso?! Hey, ich hab' die fette Saal auf meiner Seite! Weil wir die selbe Idee einfach hatten! Mich kriegst du nicht mehr! Naja, ich bin zu langsam! Ich weiß, wenn ich mich kriege! Wenn er dann will! Wir hatten einfach mal die selbe Scheißidee! Alter, es ist neue Helikopter gespawnt! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Hier war Buddy! Das war Hummer, das war aber! Wow! Da fliegt ja den kleinen Sprungflieger! Master-Flugzeug! Besten! Ich hab' den! Den gibt ja fast auf, ey! Na, ich komm noch schon mal weiter mit dem hier! Ja, ich hör' regelrecht wie bei mir die Motoren kre- äh, kreischen! Mjjj! Juuuh, das steht wie bei der Walser, richtig... Wohohohoh! DASWO NE KLAFFE SACHE, WA? Wer fliegt wieder hinterher?! Hehehehe! Hehehehe! Gimmschraubelt dreht sich! Ich hab' den Stutzer! Oh oh oh! Warte, ich hab' den Flieg mal ganz langsam! Hehehehe! Das hat sich gelohnt! Hehehehe! Huuuhuuhh! das wäre richtig kamikaze fliege ich wollte sie endlich durch den rotor ziehen wie ich sie mal da ja man ich hab dich doch untergedrückt ich hab oh mein gott ich lebe doch ganz schön robust hier hat sein überlebt was überlebt ich bin noch nicht fertig mit dir ich bin noch nicht fertig mit dir ich weiß mal dass ich dabei verrecken werde aber ich habe das auto eines schwarzen geklaut du hast jetzt von polizei verfolgt oder nicht ja wo ist denn wenn ich da unten ich habe mich selbst nicht mal überlebt ich bin richtung kennen gerutscht ich bin immer auf dem flugplatz ich muss immer ganz außen rum fahren ja weil wir dort keinen keinen dinge haben kein was da war kein hangar er hat kopfgeld bei deinen schwarzen beklautert ich war die schwarzen immer wieder den gehn den hohen tuutenkopf da ja der ist es äh Sven Sven ist was war wie ist wenn der tuetenkopf hält oh Annihleiter zwei mal what the fu annihleiter er hat mich klar mama muss stoppen es war der stelle es wird neil zu das welches erledigt danke dennis Dank für alles. Nein! Razor, komm, da schaff ich, da schaff ich, da schaff ich, da schaff ich, ihr habt's geschafft. Die Muschi ist drüber hinweg. Verkauf, ich schaff's nicht! Oh, das Ding ist aber auch scheiße, Alter, das war die... Oh, wir sind übrigens bei 34 Minuten. Perfekt, baby, one more time. Ich will auch nen Helikopter haben. Ne, Helikopter? Helikopter? Hallo, du! Alter, scheiße. Ja, wenn's ne Helikopter ist. So, ich fahr jetzt mit der Karin durch die Gegend. Das ist ne ganz nette. Ja, leck mich am Arsch. Hey! Hey! Ich kann dich gerne abholen, wenn ich irgendwie landen kann. Alter, ich komm am Koscher. Was für ein kaputt. Alter, verdient. Komm am Koscher. Scheiße, er macht mich kaputt. Jo, Alter, er hat mich ja regelrecht auf die Seite geschossen. Alter. Er hat mich auch Faggot genannt. Ach, ich kann mich nicht werden. Ich kann dich nicht! Ich kann dich nicht! Say, mach! 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 Oh, ich kann es... Oh, ich kann es... Mama, die da... Ich rutsche dir den Kopf. Hahaha Ups Oh, cool Mamacita Deh 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 Komm schon, komm schon, komm schon Ah, fuck Fuck Wer hat sich da dein Flugzeug gemietet? Hahaha Komm schon, komm schon, komm schon Aber wie das Falsche? Ich hab die Westerer, ich wollte die Westerer, äh die Besserer Egal Er zieht da unten seine kleinen Loopings Gib's mir Gib's mir Ich schalte ihn auf Ich holte ihn auf Wir sind da mit im Buzzer Und da, Dennis Ne Und da Gib's mir Gib's mir... Hahaha Ich bin doppelt explodiert, das heißt ich will was Schönes Naja... Ey, jetzt sind grad vier Flugzeuge da Die wollten nur sicher gehen, dass du wirklich tot bist Ach, wirklich Wie sind gerade vier Flugzeuge da Ja, vier Jets Find ich gut Ja Jetzt sind's nur noch drei Jetzt sind's nur noch drei Ja, weil du ein hast Maggot Und ist kaputt Toni hat die Fresse Wo bist du da durchgefahren alter? Ja und ich krieg dafür auch noch einen Stern Echt? Du bist tot? Geh mal weg mit deinem Scheiß-Kampfjet, alter Geh doch mal auf die anderen, die haben schon ein Flugzeug, ich noch nicht Oh, Mua Game over Wie? Sven hat mich weggesprengt Ich hab gar nichts gemacht Der stimmt ja gerade Hä? Ich hab doch gar nichts gemacht Ah! Mein Flügel Oh wie geil, ey Das hat man eben kurz BUM gemacht Leute Wo ist er? Wo ist er? Wo ist denn es? In der oben flügt er Scheiß ich bin leer Fuck off Strömungsabriss Nein Wieso kann ich mein Terabyte nicht anfordern? Du bist doch bei Deck mal noch eine Goldbritte Stoff, auch doch fick dich Okay Ich hab ne Idee Ne, ich kann natürlich auch nicht mehr an der Straße ran oder so Nein, das Nein, das Oh, ich dachte schon, ich hab sich grad angiviert Hey, hey, ich kann hier mal kurz in ein, äh, Helikopter einsteigen Aber nur stehen bleiben, nur stehen bleiben Nix machen, nur stehen bleiben Ja genau, nimm dir das Ja genau, nimm dir das Wir müssen, wir müssen zusammen Nimm dir das Ding, ich nimm das andere Ding, ich muss mich zur Straße verpissen, bevor ich verrecke Vielleicht möchte ich da in den Rotor reinfallen Achso, äh, ne, das kann lange dauern Ja, ich dachte, ich verricke, bevor ich über Deutschland kann Wir, wir, wir müssen Schluss machen Ende? Naja, irgendwie gibt's Shrimungsabriss I will say Und ich würd sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Expo-Folge Expo war's these Okay Tschüss, Rixsauuuu Tschüss 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 Tschüss